Hallo ihr Lieben, ich entschuldige mich hiermit ganz offiziell bei Thomas S. Kuhn für den Gebrauch des Wortes Paradigmenwechsel. Aber es gibt doch einiges, was dafür spricht, dass das, was ich vorschlage, tatsächlich ein wirklicher Paradigmenwechsel ist. Allerdings nicht in der Wissenschaft, sondern in der Gesellschaft. Also auch eine Veränderung, wie sie kaum größer gedacht werden kann, obwohl, und das ist das Smarte, sie gar nicht eine so große Veränderung benötigt, um diese große Veränderung auszulösen. Also nach meinem Verständnis ist das, was ich vorschlage, sozusagen im Rahmen von kleine Änderungen, große Wirkung. Die große Wirkung entfaltet sich letztlich nach und nach auf uns selbst. Und die kleine Ursache ist, dass wir nicht wahnsinnig viel ändern müssen, um da zu landen, wo wir landen könnten. Und ich denke, mit einer der entscheidenden Shifts, also Bewegungen, um diesen Paradigmenwechsel von den privatistischen Gesellschaften, in denen wir derzeit leben, zu einer politisierten, zu einer positiv, konstruktiv politisierten Gesellschaft zu machen, ist Folgendes, dass wir von Folgendem ausgehen. Wir gehen derzeit ja davon aus, dass wir die politische Arbeit, also die politische Arbeit, die getan werden muss, delegieren können. Und der Paradigmenwechsel ist, dass wir einsehen, dass das nicht der Fall ist. Also sozusagen den Shift haben wir geschafft, wenn wir das institutionell umgesetzt haben, dass wir begreifen, dass die politische Arbeit eine der wenigen Arbeiten ist, vielleicht sogar die einzige, die sich nicht delegieren lässt. Nahezu alle anderen Arbeiten, die getan werden müssen, können zur Not, oder wenn das irgendwie dran ist oder nicht anders möglich ist, oder besser für uns ist, delegiert werden. Sie können verteilt werden. Bei der politischen Arbeit trifft das nicht zu. Ausgerechnet die politische Arbeit, also genau die Arbeit, die wir so wahnsinnig gern delegieren, nämlich über Wahlen, ja, also wir beauftragen andere, sie sollen mal für uns Politik machen. Genau diese Arbeit lässt sich nicht delegieren und damit ist sie eine der wenigen mindestens, vielleicht aber auch sogar die einzige Arbeit des Menschen, die sich nicht delegieren lässt. Und was ist jetzt diese politische Arbeit? Und sie hat wirklich mehrere Dimensionen, deswegen werde ich das hier nicht voll ausschöpfen können, aber ich deute mal nur grob an, worin besteht denn eigentlich die politische Arbeit? Also eine Arbeit ist sozusagen die allgemeine Vermittlung, könnte man das nennen, ja. Vermittlung von, auch Austausch von Informationen, aber auch Vermittlung der Perspektiven, sodass am Ende eine gemeinsame Handlungsfähigkeit rauskommt, ja. Vermittlung ist ein großes Thema. Diese allgemeine Vermittlungsarbeit kann nicht von Bestimmten oder von wenigen von uns geleistet werden. Wir müssen sie alle leisten, damit sie funktioniert. Alle müssen beteiligt sein, aktiv und unmittelbar, in Personam, damit es funktioniert. Dann eine andere Dimension der politischen Arbeit ist letztlich tatsächlich sowas, man könnte sagen Befriedungsarbeit. Friede ist Arbeit bei Menschen, es entsteht nicht von allein, wir müssen was machen, aber auch diese Arbeit können nicht wenige oder Bestimmte für uns machen. Die allgemeine Befriedung der Gesellschaft ist eine Arbeit für alle, ja. Also alle müssen wiederum unmittelbar und aktiv beteiligt sein. Dann der gesellschaftliche Zusammenhalt oder vielleicht auch besser Verbundenheit von uns insgesamt als Gesellschaft, nicht die Verbundenheit im Privaten von Bestimmten mit Bestimmten, sondern die allgemeine Verbundenheit, also aller Menschen mit allen, ist wiederum Arbeit. Das ist die politische Arbeit. Und wieder ist sie so, dass sie nur dann funktioniert, wenn alle an ihr beteiligt sind. Aktiv und unmittelbar und gleich viel. Nicht, wenn wir wählen oder das anders von uns wegdelegieren, sodass wenige für uns diese Arbeit machen können. Also Vermittlung der Gesellschaft, Befriedung der Gesellschaft, Verbundenheit der Gesellschaft entstehen in einer politisierten Gesellschaft. In den privatistischen Gesellschaften, in denen wir uns derzeit bewegen, kann das alles nicht funktionieren und kann sich das auch alles gar nicht erstellen. Deswegen ist eben ein Paradigmenwechsel notwendig. Und dann gibt es halt noch andere Aspekte der politischen Arbeit. Also banaler, vielleicht kann man sagen, oder vielleicht auch uns erst noch in den Sinn kommen da, die allgemeine Gesetzgebungsarbeit. Wer gibt uns denn die Gesetze? Sind das irgendwelche Götter? Sind unsere Vorfahren? Sind das bestimmte, herausragende, besondere Individuen? Und dazu lässt sich sagen, nichts davon funktioniert. Das ist der Paradigmenwechsel, die Einsicht, dass das alles nicht funktionieren kann, uns auch keinen Frieden bringen kann, auch keine gute Gesellschaft bringen kann. Die Gesetzgebung ist eine beständige Arbeit, die von allen getan werden muss, damit sie funktioniert. Es ist eine eben Selbstgesetzgebung. Und was bedeutet denn Selbstgesetzgebung, wenn man sie ins Altgriechische übersetzt, also in der Sprache, in der das Politische mal erfunden wurde? Selbstgesetzgebung, wörtlich ins Altgriechische übersetzt, heißt Autonomie. Wir geben uns unsere Gesetze selber und dann sind wir autonom, weil wir uns die Gesetze selber geben und nicht heteronom leben. Andere haben uns die Gesetze gegeben. Also auch die allgemeine Gesetzestätigkeit muss selbstverständlich von allen gemacht werden, anders als wir es derzeit machen und anders als wir es derzeit denken. Das ist der Paradigmenwechsel. Und das Nächste, was wir auch vielleicht eher naheliegend als politische Arbeit bezeichnen, ist der Umgang mit unseren allgemeinen Ressourcen. Also Ressourcen, die alle betreffen und die allen zur Verfügung stehen. Allmende Probleme. Die Arbeit, das zu entscheiden, wie wir mit allgemeinen Ressourcen umgehen, ist wieder eine Arbeit, die von allen geleistet werden muss und nicht von bestimmten wenigen geleistet werden kann. Alle müssen daran beteiligt sein, alle gleich viel, alle unmittelbar in Persona. Das heißt, wir müssen persönlich zusammenkommen. Das ist der Paradigmenwechsel. Und insofern kann man sagen, also der Shift von den privatistischen Gesellschaften, in denen wir derzeit bislang, oder man könnte auch größer sagen, bislang leben und immer gelebt haben, seitdem wir sesshaft sind, haben wir immer nur im Privatismus gelebt, zu einer wirklich politischen Gesellschaft, in der sozusagen es normal ist, jeder macht Politik, Laienpolitik ist nicht etwas Bäh, Pfui, Schreckliches, vor dem wir Angst haben, sondern etwas völlig Normales, weil es einfach zum Leben dazugehört. Es ist auch normal, seine politische Pflicht zu tun, wenn das los auf einen fällt und so weiter. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und nochmal, es erfordert nicht wahnsinnig viel Umstellung, nicht wahnsinnig große Veränderungen, um diesen Paradigmenwechsel zu bewerkstelligen, aber in seinen Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Miteinander, auf uns selbst, ist es eine gewaltige Veränderung, die auf jeden Fall die Bezeichnung Paradigmenwechsel verdient hat. So meine Thesen und wie auch immer, ja, ich weiß, aus heutiger Sicht wirkt das alles so ein bisschen spooky oder unglaubwürdig, ich denke aber, dass da wirklich was dran ist. Also das, was uns hilft, ist uns systematisch zu politisieren, wirklich politische Gesellschaften auszubilden, in denen nicht einige wenige Politik machen, sondern wir alle, und zwar wir alle gleichermaßen, wir alle gleich viel, obwohl wir doch so verschieden sind. Ceterum censio, isonomiam, esse sortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.